Cashflow Beach Cup 2018, soeben zu Ende gegangen. Bei mir Christian Orisek, der Inhaber von Cashflow. Christian, wie hat dir deine erste Veranstaltung mit uns gefallen? Es war eine super Veranstaltung, genau so wie ich es mir vorgestellt habe, mit bestem Wetter, mit tollen Zuschauern, mit einem wahnsinns sportlichen Event, mit einem super Organisator. Vielen Dank an der Stelle, Markus, auch für die Unterstützung, die du mir und meinem Team gegeben hast, dafür, dass wir das erste Mal so eine Veranstaltung mit begleitet haben. Also ich komme nächstes Jahr gerne wieder. Das hört man natürlich sehr, sehr gerne. Das heißt, ihr hattet also auch am Stand und auch so gute Gespräche. Ihr habt einen Eindruck bekommen von der Anstaltung, hat alles gut gepasst. Hat super gepasst, hat uns riesig gefallen. Wir hatten viel Spaß. Freut mich sehr. Wünschen wir dir natürlich noch für die nächsten Tage, ihr habt eine Eigenveranstaltung im Graf Zeppelin Haus, wünschen natürlich auch noch viel Erfolg. Kann man sich noch anmelden, vorbeikommen im Graf Zeppelin Haus heute oder am Montag. Und ja, wir sehen uns spätestens nächstes Jahr wieder. Ich hoffe, dass ihr wieder fühlt. Alles klar, danke. Super, danke dir.